Heute zeige ich dir ein neues Gerät, welches wir bei uns als Praktiker verwenden. Wir sagen das Massage-Klapse. Was machen wir damit? Du weißt schon, dass die Menschen sehr stark verspannt. Die Faszien sind so verspannt, sie spüren Schmerz überall in dem ganzen Körper. Und es gibt beispielsweise dynamische Massage, da wo wir durch die Klopfen und danach durch Schröpfen, das kannst du auf meine Seminare lernen, bringen wir alles in Bewegung. Aber oft zu Hause, im Auto oder irgendwo brauchen wir Hilfe, da wo wir wirklich alles wieder in Bewegung bringen. Und dafür ist die Klapse sehr gut. Auf jeden Fall, auf erster Stelle für unsere Schulter. Da sitzen die meistens verspannt. Die Menschen, beispielsweise, die sind hier so stark verspannt, die spüren dann Kopfschmerzen, Seerkraft, Hörkraft, verlieren die Menschen, weil hier wird Versorgung unterbrochen. Hier, beispielsweise, Meridian, die Nieren verläuft und die meisten Menschen, wenn ich berühre, schreien vom Schmerz. Und wenn wir das massieren, wirken wir natürlich auf innere Organe, nicht nur bloß auf den Körper. Du kannst natürlich beide, also zwei Stücke in beide Hände nehmen und gleichzeitig von allen beiden Seiten arbeiten. Das ist auch ganz gut effektiv. Du kannst unterwegs überall sich klopfen. Am Po ist sehr gut, wunderbar. Und du klopfst überall aus den Nieren. Nieren vorsichtig, das ist die Region, die ist nicht so geschützt. Das kannst du nur leicht mit der Hand, ja. Auf jeden Fall eine super tolle Möglichkeit, alles in Bewegung zu bringen, fassen, entspannen, Kreislaufsystem stabilisieren und Übergab-Psychenergetisieren. Also viel Spaß damit!